...die diese Kinder retten wollen. Ich bin eine politische Frau. Ich kann es nicht ertragen, welcher Schrecken dort stattfindet, aufgrund der politischen Fehler, die über Jahrzehnte von Regierungen begangen wurden. Und natürlich auch Verbrechen. Und die Kinder haben darunter gelitten. Und da müssen wir etwas tun. Wir müssen sicherstellen, dass es den Kindern besser geht. Aber ich würde natürlich sagen, es gibt Kinder überall auf der Welt. In unseren Städten erschießen sich Kinder gegenseitig. In unseren Städten. Wir müssen uns um alle Kinder kümmern. Und deswegen bin ich ein Mitglied von UNICEF. Das ist absolut richtig, was Sie sagen. Wir müssen an dieser Stelle leider Schluss machen. Wir können nur darauf verweisen, dass alle Hilfsorganisationen schon darauf warten, mit größeren Lagern ins Land zu gehen, um überall zu helfen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse heute, meine Damen und Herren. Wenn Sie mögen, teilen Sie uns noch Ihre Meinung im Internet mit. Wir sind auch da für Sie da, heute Nacht auch wieder und natürlich auch die ganze Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse für heute bis zum kommenden Sonntag. Auf wieder schönen guten Start in die Woche. Sind der Macher, der Erfinder der Ausstellung Körperwelten, Gunther von Hagens, nicht unumstritten am vergangenen Wochenende?